Soweit Yogi, das finale Duell. Ich bekomme deine Götterkarten. Ich habe all deine Züge... Nun ist es soweit Yogi, das finale Duell. Ich bekomme deine Götterkarten. Ich habe all deine Züge analysiert. Deine Scheißstrategien, jede Falte deiner verpickten Vorhaut. Ich habe solche geile Karten, die du noch nie zuvor gesehen hast. Karten, die du nie im Leben besiegen kannst. Ich habe selbst die Isis trainiert. Und hast du noch irgendwas zu sagen, bevor ich dich in Stücke reiße? Ähm, ja... Du bliehst einen Schwanz und eine Banane. Das ist alles, was du bist. Sag das doch nicht. Zeit für ein... Halt deine verdammte Fresse. Mein Zug. Fuck, was ist das denn für Kack? Ich beschwöre Yogi und greife dich direkt an. Das ist nicht dein Ernst. Warte. Du kannst im ersten Zug gar nicht angreifen. Okay. Ich lege meine Karte verdeckt und dann suche ich dir schon mal eine Banane. Was hat Yogi nur mit der verdeckten Karte vor? Ich sollte meinen nächsten Zug gut überlegen. Ich hoffe, Kaiba checkt nicht, dass es mein abgelaufener Führerschein ist. Ich beschwöre Kampfboxe. Im Angriffsmodus. Was? Die Karte ist scheiße. Nein. Fick dich, Kaiba. Guck dir die Kacke doch mal an. Ich piss auf deine beschissene Karte. So behindert ist sie. Also, mach deinen Zug. Spiel wenigstens eine gute Karte. Nein, ehrlich. Pack die verfickte Karte aus dem Spiel, sonst raste ich... Na gut, ich beschwöre böser Kampfboxe. Oh nein, das ist einer der mächtigsten Karten im ganzen Spiel. Er hat nicht gelogen mit dem, was er gesagt hat. Um dieses Duell zu gewinnen, muss ich auf das Herz der Karten vertrauen. Hm, sieht so aus, als wäre dieses Duell gleich vorbei. Du erinnerst dich bestimmt noch an Exodia, oder? Wenn man alle fünf Karten zusammen hat, gewinnt man das Spiel. Mach dich bereit, denn jetzt wirst du gefistet. Los, Exodia! Ich bin Exodia und ich würde... Was zum Fick ist das? Heilige Scheiße, ich hab's verkackt. Deine Zeit ist abgelaufen, Yugi. Ich opfere meinen bösen Kampf-Ochse und fünf Dollar. Und beschwöre meinen weißen Drachen mit eiskaltem Blick. Ich wollte wirklich nicht, dass es so weit kommt, Kaiba. Aber jetzt aktiviere ich meinen... Spezial-Effekt. Und er wäre... Oh, was willst du denn jetzt tun, Digga? Das Duell ist vorbei.